Ja, was geht ab meine Freunde? Wir spielen mal wieder eine Runde, mal wieder, vor allen Dingen jetzt erstmal nach übelst langer Zeit mal wieder eine Runde Black Ops 2 und ja, ich habe irgendwie gerade Bock drauf, ich spiele hier übrigens auf meinem Clan Account, den ich jetzt schon fleißig am benutzen bin, was heißt fleißig? Obwohl eigentlich nicht, ne? Ich zocke im Moment nicht so viel, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie gerade nicht so viel Bock zu zocken. Ich würde mal sagen, wir spielen eine Runde, Herrschaft, genau. Punkt der Serien, was haben wir denn? Okay, es geht direkt los, wir joinen irgendwo rein, okay, dann wird es doch nicht so lang, Hijacket, alles klar, Herrschaft, los geht's. Heute seht ihr mich auch mal wieder mit Cam. Ja. Und willkommen zu einer neuen Folge von D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D ich wusste gar nicht, dass das Feind sind die sind ganz schön Feind Seelig ah die Huren sind du Huren so ein Brustock Eckmoe 0 zu 2 und ja ich hab geglitscht Präzis und ja das ist anders weiß ich und ja ich hab keinen Bock hoch zu spielen und ja halt so den Dien was los nicht ein Kiel bekommen 0 zu 3 ja er schießt auf die Loll ja so macht man das freundlich war natürlich eingeplant also hab ich ihm bisschen geholfen dass ein erstes Bekommen Digger ich kriege es ist kommend ist doch nicht mal lustig man das ganze Spiel ist nur noch für es ist es ist es ist es ist es ist aber man kriegt hier kein Kiel mehr es nur noch ist es halt ist es da da war n du siehst du schweren bis zum Kurv са Prozent auch hier Göttingen warum und ich nur einfach mal aus Kopenhauer einfach so durch die Wand ich hab es ist so auch heute man ich wollte keine Ahnung zwei Wochen mal wieder zocken Weißen Jo wenn man einfach mal das Internet warum auch nicht nur YOLO dachte sich meine Pläsi einfach mal so zack zu Ende Göttingen zu Göttingen ich bin bisher gefragt weil ich hab noch nicht geschlafen ja ich habe noch nicht geschlafen wir heute Sonntag also ich das aufnehmen das heißt und sonst auch Sonntag habe ich durchgebracht Prozent 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 ich bin übelst müde aber noch nicht mehr so übelst konzentriert wie gesagt schlafflich erst mal dick und fett die deine Mutter zuschlagen Prozent 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 neutralisiert zu schon die zweite Runde Loppel abgeschossen der Kurs der Nachrichter okay noch eine nicht schlecht alles klar alles klar Ja, geil. Gegen zwei Gegner. Einer von Commander Kriya-Clan, angeblich. Clan. Doch, ist richtig. Oh man, gegen zwei Gegner, Mann. Das wird wieder toll. Jetzt joint wahrscheinlich wieder keiner rein, wie bei Black Ops 2 typisch ist, ne? Das heißt, es ist nur Flaggen einnehmen angesagt. Doch, jetzt. Ach, sauber. Guck mal, wieder welche rein hier. Bisschen Action. Ja, ja. Ach ja, komm, es war klar, mein Niggel, los. Alles klar. Komm, multi. Okay, gar keiner. Oh, MFL. Hallo, fach. Scheiße, Alter, ich war den Vollverknechten. Hab ich eigentlich geschafft. Jo, BG heisst du schlagen, wie du kapierst. Ich gewinne, du Fall. Ey, übrigens. Ich wollte mein tausend Abos per Schöne wiederholen. Oh, ich hab schon angekündigt, dass ich ein 500-Raus-Beschön mache. Bei 500 Abonnenten habe ich auch nicht gemacht. Egal. Yolo. Alles klar. Ne, wie gesagt, 1000, 1000 kommt noch, obwohl ich jetzt schon 1200 Leute habe. Ist ja cool, aber... Keine Ahnung. Also, ich wollte ein Lied machen, ne, ich wollte ein COD-Lied machen, oder so, so einfach so ein Tracks und Rap, weil so, ihr wisst, ihr wisst, ich kann zwar jetzt nicht rappen oder so, aber, egal, ich hab voll Bock da drauf. Oh, das ist bestimmt lustig. Jo, hm? Wo bist du, hm? Wo bist du, hm? Wo bist du, ja? Ja, da bist du. JBG heisst zu schlagen, bist du kapierst. Ich bin alles nieder, denn das war alles nieder. Ich weiß, ich bin grad ein bisschen in JBG Fieber, also. Kollege der Bänger, Kollege der Bänger, genau. Kollege der Bänger, ist es Kollege der Bänger. Kollege der Bänger und der Bänger haben mir ihr neues Album ausgebracht, was ziemlich gut ist, finde ich. Das war, wenn ich nur ein bisschen in die Laune. Oh, fuck. Egal, äh, 17 zu 10, naja. Egal, ich spiel's auch seit zwei Wochen. Schon nicht mehr. Also so. Ich spiele eigentlich, ich hab nicht einmal, ich schwör so, ich hab nicht. Ich hab nicht einmal richtig Black Ops 2 gespielt, nicht einmal intensiv den ganzen Tag oder so. Wenn ich überhaupt gezockt habe, die letzte Zeit, dann war's nur privates Match oder so. Was war das? Oh, das ist traurig. Oh, das tut weh. Oh, du willst mich wickeln, du willst mich wickeln. Ey, yo, Sigi, 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 Ren, du freak, ruf die Bullen, wen du den Bänger siehst, den ich nehm dir das Mike weg. Wo bist du, ne? Wo bist du? Wo bist du? Und schubst dich von der Tür. Von der Bühne, ich sag mal von der Tür. Ey, was soll das? Du Schwuchtel, musst doch üben. Für die Noten gibt es Prügel, es ist Drive-By-Schießkugeln. Denn schon bald bin ich steinreich wie Kieskugeln. Crimetime und sie suchen den König der Bordsteine. Ich bin an einem Schiff oder in einem Schiff und fertigke an Bordsteine. Ferticke. 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 Egal. Früher fand ich so eine Musik auch scheiße so. Farid Began und so. Aber jetzt ist das immer, keine Ahnung, ich find's gut. Dann war es das. Okay, ich würde sagen, ich bedanke mich, dass ihr nochmal zugeguckt habt. Wenn ich das Video nicht gefallen hat, dann, warte ich muss mir überlegen, wie formuliert man das, wenn man nicht gefallen hat, dann geht man Daumen runter, genau. So, und wenn es euch gefallen hat, was ich, wovon ich nicht ausgehe, gebt den Daumen hoch. Und, ja, ich mach jetzt, glaub ich, erstmal wieder ein paar Live-Commentaries, bis es wieder richtige Scheiße kommt. Der richtige Real-Shit, weißt du, du Motherfucker. Und dann kommt irgendwann noch das Abo-Special. Und dann war's das, ja. Auf das Abo-Shit. Abo-Öl. Special könnt ihr euch freuen. Out rein. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Tschüss.